Danke! Danke! Ups, äh, so war das. hier habe ich da nicht getroffen okay einen moment einen moment wartet leute ja warte 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 rotes fass das bedeutet nie was gutes los durch die bambusfelder warte ich habe nicht unendlich ausdauer ich muss aber nicht leute schön okay dann gehen wir halt mal ich habe die grundausbildung nicht mitgemacht ich habe sie verpasst leute man so viel leid tot und elend ich weiß wie man sprintet ich spiele call of duty und die steuerung hat sich nie geändert so wirklich naja gut schon ja ich bin unterwegs waren warte hilfe lauf okay jawoll ist richtig dicke jawoll so den und das ist assassin's creed also den haben wir jetzt gerade nicht verstanden der hängt er einfach denkt sich ja kann ja nichts passieren ich gehe mal so vor dem typ mit dem richtig heftigen gefecht zum gehen und was passiert ich habe ein aufs maul bekommen wieder mal ich bin schon wieder tot ich bin mal fünf mehr und lohn tja welche zpu's oh gott benutze die zpu um die startbahn zu räumen lauf mason das kriegen wir hin das kriegen wir hin schnell Hallo. Mehr als in seiner dunkelsten Vorstellung. Ich habe Pläne für dich, Amerikaner. Oh Gott, er sieht so böse aus. Er sieht so stereotypisch aus. Oh ja. Ich trage Witsch, Tatis sicher. In die Stelle. Ah ja. Trage Witsch, Tatis sicher. Und ich habe so gern dabei zugesehen. So, Spoiler. Eigentlich brauche ich das Spiel jetzt da nicht mehr weiterspielen, weil alles hin war ja jetzt da drin. Das war eine Falle. Sie wussten, dass wir kamen. Dieser Schwein Dragovic. Der Russel. Ja. Er hat hinter allem gestellt. Wohin brachte Dragovic sie? Russland. Ein Arbeitslager. Eine Hölle namens Vorkuta. Oh Gott. Was haben Sie mit Ihnen gemacht, Mästen? Ja, was nicht? Und los geht's. Auf nach Vorkuta. Mit uns. Ja. Ja. Du wirst aus, Amerikaner. Victor Rysnov. Mein Freund. zack ist jetzt einer eins auf die rüber man amerika style aufstieg aus der dunkelheit Ausstieg aus der Dunkelheit! Da haben wir doch gesagt. Ups! Ähm. Ist noch was denn nicht grad vor mir? Ach egal. Wie er so tut, als ob ich ihm nicht geholfen hätte. Hehe. Er und wir, wir sind uns ähnlich. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen. Vergessen. Verlassen. In Volkuta sind wir alle. Brüder. Du sagst das Rest noch? Krass. Meins. Meins. Länger. Ist ja gay. Und los. Leute. Aufstoßen. Ey. Alter. Das ist derart. Ok. Schnell. Kriegen die schon platt Allesamt Au Achso Vielleicht hätte ich doch nicht Söldner nehmen sollen Naja man muss ja auch ein Risiko eingehen Nein rechts Junge Und jetzt links Geil ist ja gut Jawohl und los Nee Frei sein Na los Da machen wir hier die Tür auf bitte Ich kenne das nämlich nicht Ich habe nicht das Privileg einer KI Obwohl ich ja nur mal der Spieler bin Ja kein Problem Hallo Und Jawohl Irgendwie gibt es keinem Schrei Naja ist ja auch egal Wir müssen uns ja nur mal nur darum kümmern Oder Eltern Älter Lecker Ja Ob das was wird Ich bin mir nicht sicher Aber ich denke mal ja Oh ja Keine Willkommen Wow gut gemacht Oder ist noch Was ist das Teil denn Ja Na Hey Ups Es sollte nicht allzu oft passieren Also dass wir jemand abstechen Sonst kann es ganz schnell passieren Dass die Mission gescheitert ist Ja Ich bin gerade dabei hier aufzuräumen Ja Jetzt noch Wäre nett wenn du mir dabei hilfst So abwarten Okay Einer weniger Noch einer Wow Au 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 Wow alter Der Der Heli Feuer. Au. Au. Alter. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal treffe. Kurz. Los, vorwärts. Das ist nur, wenn man in der Nähe steht. Ja, los. Ich mach das nicht alleine. Alter. Das mit dem nicht reinrennen, das kapier ich ja. Nur, dass die Teile einen selbst auslöser haben, die Fahrzeuge, das verstehe ich wieder nicht. Komm, fressen auf. Fressen auf, komm. Boah, ich werde hier gleich zum sadistischen Zahnarzt. Das ist nur, wenn man in der Nähe steht.